So, dann darf ich die fünf Vereine, die an dem Gemeinschafts-Chor teilnehmen, dann bitten, ihre Plätze einzunehmen. Ich sag's nochmal, auch für die Zuhörer, wer wo spielt. Links von mir, im oberen Teil des Zeltes, also von Ihnen aus gesehen rechts, wird der Musikverein Gröf und die Musikanten aus Dörrbach Platz finden. Dann, unten, also von Ihnen links aus gesehen, wird der Musikverein Bommbogen sich nun aufstellen und auf der Bühne selbst wird unsere Gastkapelle, die Musikanten aus Hasenweiler und wir, die Winzerkapelle Kinnheim, Platz nehmen, um dann für Sie hier gemeinsam den Gemeinschafts-Chor vorzubringen. Das, oder die musikalische Leitung für diese Geschichte hat der Dietmar Heidweiler als Kreismusikbeauftragter, der richtige Mann, eine solch große Gruppe. Ich denke, wir reden über annähernd 200 Musiker, da dann dementsprechend zu leiten. Der wird sich in der Mitte des Zeltes auf einem Tisch positionieren, dass wir ihn auch sehen können. Und dann darf ich Ihnen bei dieser Geschichte viel Vergnügen wünschen. Wir nehmen jetzt mal Aufstellung und dann werde ich die Stücke noch vorstellen, die wir da bieten werden. Also Sie werden als erstes Stück vom Gemeinschafts-Chor in Harmonie vereint hören. Ein Marsch, der von den Musikanten von Hasenweiler dann angelockt werden wird und dann werden die fünf Kapellen damit einstimmen. Und als zweites Stück in der Folge werden wir dann Smoke on the Water zusammen musizieren. Dafür schon mal viel Vergnügen. Vielen Dank. Untertitelung. BR 2018 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 Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hoffe, es hat soweit schon mal gefallen bis hierhin. Ja, danke. Ich hoffe, dass es unten gut klingt. Es ist ja von der Physik her nicht ganz so einfach wie der Schall, die Zeit, die er nun mal braucht. Das kann man bei 10 Meter schon deutlich im Ohr hören. Ich hoffe aber, dass es trotzdem harmonisch unten ankommt. Wir haben natürlich für so eine Veranstaltung, die ja im Rahmen unseres Jubiläumsfestes heute hier veranstaltet wird, unseres 90-jährigen Jubiläums. Natürlich auch einen Schirmherrn gesucht. Und da waren wir froh und stolz, dass es kein anderer war als Günter Schatz, der diese Schirmherrschaft übernommen hat. Und er möchte natürlich es sich nehmen lassen, hier auch ein Grußwort an Sie zu richten. Vorher darf ich aber Herr Norbert Sartoris als Vorsitzender des Kreismusikverbandes, also quasi als Schirmherr des heutigen Tages hier für uns und Sie nach oben bitten, denn auch er möchte an Sie ein paar Worte richten. Vielen Dank. 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 Herr Präsident. Vielen Dank. Danke schön, dass Sie heute und an diesem Wochenende hierhin nach Kinnheim gekommen sind, um nicht nur das Jubiläum dieses Vereins, die 90 Jahre zu feiern, sondern auch das Kreismusikfest des Landkreises, des Kreismusikverbandes Bernkastel-Wittlich zu feiern. Und Sie stimmen sicherlich mit mir überein. Und Sie stimmen sicherlich mit mir überein. Das, was wir heute hier sehen konnten mit dem Gemeinschafts-Score, das sucht seinesgleichen. Deswegen herzlichen Dank an alle, die daran beteiligt gewesen sind und an den Dirigenten, der sich kräftig abmüht, Herr Heidweiler. Herzlichen Glückwunsch dazu. Super. Ja, wir sind froh, dass wir solche Veranstaltungen haben in Rheinland-Pfalz. Und der Landesmusikverband ist ja der Dachverband der Blasmusikvereine im gesamten Land. Und wir haben über 800 Vereine, insofern eine relativ große Bewegung und fast 40.000 aktive Musikerinnen und Musiker, die diesem Verband angehören. Und über 100.000 Mitglieder, die das Ganze fördern. Das ist ein tolles Erlebnis, meine Damen und Herren, wenn man sehen kann, wie sich die Blasmusik bei uns entwickelt und wie sie sich auch dann in einzelnen Orten entwickelt. Und ich möchte deswegen Dankeschön sagen auch einigen, die hier dabei sind, weil ich mit denen auch vieles verbinde, was die Arbeit der Blasmusik in Rheinland-Pfalz angeht. Da steht einer ganz hinten im Raum. Das ist der Günther Jakobi. Er war ja hier Ortsbürgermeister, aber er war vor allen Dingen viele Jahre Vizepräsident des Landesmusikverbandes, Herr Jakobi. Schön, dass wir uns heute Nachmittag wieder hier sehen können. Sie haben mich immer gefördert in der Vergangenheit. Ich glaube, das kann man hier auch sagen. Auch andere Präsidenten haben von Ihnen profitiert. Vor allen Dingen meine Vorgängerpräsidentin Beate Lesch-Weber. Also schön, dass Sie hier sind. Herzlichen Dank für die großartige Unterstützung. Und wenn ich schon hier dabei bin, will ich auch noch einem Dankeschön sagen, weil ich das normalerweise immer nur am Präsidiumstisch machen kann, wenn wir uns in Schweich treffen. Das ist nämlich der Norbert Sartoris. Er und seine Frau und der Sohn, die sind heute hier mit dabei. Und er ist ja auch Vizepräsident des Landesmusikverbandes. Jetzt muss ich überlegen, wo er eigentlich mehr Energie reinbringt, wie man das überhaupt machen kann. Hier im Kreismusikverband oder im Landesmusikverband. Aber das sind Personen, mit denen kann man wirklich klasse zusammenarbeiten. Norbert, herzlichen Dank an dich, an deine Familie, die ja wirklich von der Musik lebt, mit der Musik lebt. Und ich muss eines sagen, du hast ja eben gesagt, oder es wurde ja eben gesagt, er wäre für heute Nachmittag der Schirmherr. Toll, dass du jetzt für das schlechte Wetter verantwortest bist heute Nachmittag. Das ist also auch so. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank für diese Unterstützung. Und ich will natürlich hier dem Musikverein auch sehr herzlich gratulieren zum Jubiläum. Die 90 Jahre, die können sich ja sehen lassen. Und meine Damen und Herren, wenn Sie sich die Festschrift angeschaut haben, vor dieser Veranstaltung gesehen haben, wie der Verein groß geworden ist. Wie man sich halt eben im Laufe der Jahre entwickelt hat. Natürlich parallel zur Gemeinde. Der Ortsbürgermeister Herr Klink ist ja auch hier mit dabei. Da sieht man einfach, dass so ein Verein aus dem Vollen schöpfen kann. Auf der einen Seite aus der Gemeinschaft heraus. Aber ein solcher Verein auch sehr, sehr viel in sein Dorf hinein geben kann. Das trifft zwar für viele Vereine zu. Aber ich glaube, der Musikverein hat hier im Laufe der 90 Jahre auch immer wieder Geschichte geschrieben. Gezeigt, dass man eine tolle Arbeit machen kann hier innerhalb der Gemeinde. Und dass man eine super Jugendarbeit machen kann. Wenn dann heute der Vereinsaltersdurchschnitt bei nicht einmal 30 Jahren liegt. Dann weiß man einfach, das ist gelebte Jugendarbeit. Das ist gelebte Gemeinschaft. Und das ist auch Sozialarbeit. Und insofern kann man da dem Verein nur gratulieren dazu zu den 90 Jahren. Und auch zu dieser tollen Geschichte, die er hatte. Herzlichen Glückwunsch. Da wir heute Nachmittag aber auch eine Reihe anderer Vereine hier aus dem Kreismusikverband Berndkastel-Wittlich dabei haben, will ich auch unterstreichen, dass alle Vereine hier in diesem Verband, das sind ja auch über 90 Vereine, die im Kreismusikverband zusammen sind, dass die wirklich auch insgesamt ein tolles kulturelles Erbe auch anbieten, Möglichkeiten anbieten. Und ein kleiner Ausflug in die Politik darf schon gestattet sein. Es wäre gut, es wäre wirklich gut, wenn die ehrenamtlichen kulturtreibenden Vereine, genauso wie Sportvereine oder andere Vereine in den Dörfern noch viel mehr an öffentlicher Unterstützung haben könnten. Und ich will auch eines sagen, es gibt Bundesländer, in denen ist die Kultur, die Musikkultur eine Pflichtaufgabe, Herr Ortsbürgermeister, der Kommune. Und das wäre ein Thema, die Sachsen haben es geschafft. Das wäre auch etwas für Rheinland-Pfalz, wo man einfach auch sagen kann, es gibt eine Grundfinanzierung der öffentlichen Hand für die Kulturarbeit in den Musikvereinen und auch in anderen Kulturvereinen. Ich will die anderen da mit hineinbringen. Das wäre wichtig und es wäre gut. Und es würde auch zeigen, dass wir viel zusammen auch auf den Weg bringen können. Und wir erleben das ja auch gerade aktuell in diesen Tagen. Wer ist denn bei den Flüchtlingsarbeiten mit dabei? Wer kümmert sich denn da? Das sind die Ehrenamtlichen aus den Hilfsorganisationen, aus den Vereinen. Wir werden nachher für die Integration der Leute zuständig sein. Wir werden in den Vereinen, im Musikverein dafür sorgen müssen, dass die Leute ihre Heimat hier finden, dass sie sich entwickeln können und auch in den Dörfern und in den Städten auch leben können. Und ich glaube, diesen Auftrag, den nehmen die Musikvereine hier generell wahr. Und der nimmt exemplarisch für alle, die hier im Land betroffen sind, auch der Musikverein hier in Kinnheim wahr. Insofern darf ich nochmal gratulieren. Ich wünsche alles Gute, Ihnen einen schönen Tag. Im Übrigen noch viele Grüße von Landrat Eibes. Er war am Freitag hier und hat meine Grüße überbracht. Ich habe dann gesagt, da bringe ich deine am Sonntag nochmal mit, weil ja die Vereine auch mit dabei sind. Wir verstehen uns da prächtig in diesem Bereich. Und insofern wünsche ich Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Ich habe jetzt lang genug geredet. Jetzt geht es richtig los. Jetzt kommt der nächste Teil. Viel Spaß. Und ich habe als kleines Schirmherrn-Geschenk einen Gutschein mitgebracht zum Kauf von Musikmaterialien etc. Wir sind nicht mit Reichtümern gesegnet vom Verband, aber wir geben gerne das, was wir haben, weil Sie geben ja auch das, was Sie haben, an die Bevölkerung weiter. Herzlichen Dank und Ihnen einen schönen Nachmittag. Applaus 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 Auch ich darf mich ja kurz bedanken, zumindest dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute hier bei uns sein zu können. Und das machen wir auch mit dem, was wir haben und was wir gerne geben. Das ist unser Jubiläumswein. Ich darf Ihnen diese Flasche überreichen und wünsche Ihnen da, wenn Sie mal eine ruhige Minute haben, mit Ihrer Frau zusammen viel Vergnügen bei dem Genuss dieses Weines. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank. Da ich ja vom anderen Ende der Mosel komme und mit Elbling getauft bin, bin ich natürlich froh, wenn ich dann auch eine gute Riesling hier trinken kann. Herzlichen Dank. Applaus Applaus So, als letztes Stück des Gemeinschaftskors werden wir dann nun Gruß an Kiel Ihnen darbieten. Dabei darf ich Ihnen viel Vergnügen wünschen. Applaus Jake Kiel hoffe ich Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke schön, dass du diese Dirigentschaft hier heute übernommen hast. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.